hallo meine lieben freunde hier ist wieder euer johnny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play city skylines ja dieses tolle konstrukt hier muss ich noch vollenden wo an die schienen da ach da komme ich ja nicht dran ha ha cool dann gehen wir jetzt auf die hinten hin wo war das noch mal hier nee da jedes mal aufs neue gucken das hier das heißt ich zwar soll ich die einzelnen lassen ja die lasse ich sogar mal einzeln ich glaube ich die oben lasse was weißt du was ja komm lass ich mal hoch die lasse ich mal so jetzt gehen wir dann irgendwie darüber das gleiche machen wir hier auch erst mal nicht weiter auseinander als notwendig nehmen sind ja weiter rüber und mikro noch mal neu justiert sowie gehen wir denn jetzt am besten hier dran so lange muss das ja nicht sein äh ne das mache ich andersrum ich gehe von hier raus einmal so rum und dann hier lang so gehen wir hier hin und jetzt jetzt connecten wir so irgendwie auch so sieht das doch ganz vernünftig aus ja gut aus ne das ist mir eigentlich zu Sollte eigentlich länger sein. Achso, das musst du dann per Hand machen. Ja, sollte man dann auch per Hand machen. So, klar. So, das gleiche hier. Hier. Einmal so rum. Einmal so rum. Und einmal so rum. Und schon haben wir die Linie miteinander verbindet. So, dann bauen wir hinten mal unseren Industriedistrikt. Nein, bitte so. Ich baue den einfach schon komplett voll. Auch hier müsste man das Ganze runtersetzen. Wurde mal, kann ich es runtersetzen? Wie war das? So rum, gell? Hilft das? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht mal probieren. Äh... Ich glaube nicht, dass das hilft, oder? Nee, das hilft nicht. Na gut, okay. Da sind ein paar Lücken drin. Entschuldigung. Nochmal... Äh, hier. Die ganzen... Die braucht kein Mensch. Die da weg. Da ist keine. Ah, das war ja nur da unten. Ach, das war ja nur da unten. So. Die muss noch weg. Die muss noch weg. Ampeln will ich gar keine haben. Und hier unten müsste noch eine sein. Jupp. Und tschüss. Zebrastreifen fehlen nur jetzt. Und zwar hier einer, hier einer. Die kann ich ja schon mal gleich setzen. Da einer, da einer. Da noch einer hin. Lalalalala. Hier kann noch einer hin. Aber gleich wieder die Ampeln weg. Mann, ich... Komplette Ampeln wieder da hinsetzen. Was ein Quatsch. Ja, okay. Hier. Okay, bei den Großen, ja. Aber dass dann da gleich wieder welche sind. Kapierschnisch. Nee, da muss keiner sein. Da einer, da einer. Da einer, da einer. Da noch einer. Und da noch einer. Äh, hier hinten brauchen eigentlich keine Zähpkontakt. Aber Streifen sein. Aber ich baue mal welche hin. Du hast eigentlich hier nur hingebaut, damit es optisch ein bisschen was aussieht. Nee, nicht. Das war der einzige Grund. Ansonsten gab es keinen. So, ah, da kommen die Züge an. Genau, die fahren dann entsprechend. Sollte ich da nicht noch nebentran Linie machen? Müssen wir mal gucken. Notfalls muss ich hier nochmal eine Linie machen. Ich weiß gar nicht wie. Die könnte hier abgehen. Hier rüber. Und dann hier lang. Und dann hier rüber. Und da irgendwie dran. Keine Ahnung. Der fährt jetzt ab. Oh, doch nicht. Äh, gut, okay. Lassen wir das mal sein. Wir werden hier jetzt Wohnungen hinbauen. Und zwar alles voll. So. Ach, hier hinten muss ich ja auch noch für Freizeit und so weiter sorgen, ne? Was hab ich denn hier eigentlich? Tree Row? Ne, das will ich auch nicht. Äh. Ne, der ist so groß. Ach, ich hätte... Da, Sunken Plaza. Ach, ich hätte hier dort ne Bibliothek. Macht da hinten wenig Sinn. Aber der Baumische Garten. Ich hätte da doch noch was hinmachen sollen. Na gut, hab ich halt nett. Dann kommt da. Ne, da muss doch da einer hin. Guck mal, den. Ist alles so groß gerade. Ach, schloss da mal. Ach, ich hab schon wieder vergessen, die Dinger rauszumachen. Mann, Mann, Mann. Hier unten wird nachher dann mehr Verkehr sein. Ähm, Moment. Das Mikro verrutscht mir gerade ständig ein bisschen. So, klar. Machen wir hier noch ne Straße rüber? Nö, eigentlich nicht. Die haben hier den Weg. Der reicht. Hier müsste ich eventuell mal schauen, ob wir da was anders machen. Hier ist gegenüber alles. Genau. Hier kommen dann andere. Hier sind viele Hotels. Genau. Warum? Hier sind Ampeln, die müssen da weg. Ich will keine Ampeln haben. Ach, ich hätte nicht aufgepasst. Habe ich da noch welche? Ja, klar. Da sind Ampeln. Da sind Ampeln. Auch keiner. Die sind überflüssig. Sonst nix mehr, gell? Ah, hier fehlen noch Zebrastreifen. Und schon haben wir wieder Ampeln. Da aber keiner. So, dann kannst du hier die Zebrastreifen auch gleich machen. Da welche. Und da welche. Gleich weg mit den Ampeln. Warum auch immer da dann Ampeln sind. Unbegreiflich. Hier kann ich dann aber auch. Wenn ich gerade dabei bin, dann machen wir die hier auch noch hin. Äh, da einmal hin. Da kommt nix hin. Ne, hier habe ich ja alles schon. Genau. Okay, also hier. Bereicht einer. Okay, da außen. Die lege ich auch schon mal, wenn wir dabei sind. Aber die gerade. Dann kann ich sie nicht vergessen. Da einer. Und da noch einer. Hier hinten sind. Genau. Hier muss auch noch was hingebaut werden dann. Hier hinten ist soweit erstmal genug. Da können hier, kommen eh noch Wohnungen hin. Dann haben die da drüben. Oh. Dann schon noch ein bisschen draus. So, Industriegebiet haben wir hier hinten. Scheiße, habe ich hier Industrie hingebaut? Ja, habe ich. Gut. Hier kann ja auch noch Industrie hin. Theoretisch. Wenn ich will. Ähm. Zu wenig Leute oder was? Ne. Ich brauche Busse. Bus und U-Bahn. Äh, ne. Das sind Schienen. Die bringen mir da nix. Bus war hier. Ne, kein Busdepot. Da. Alle Stellen. Ja, die da hinten haben. Die hier aber nicht. So, und die kriegen jetzt. Und hier an. Ja, ihr freut euch. Ist ja klar. Ich würde mich auch freuen. Die geht einmal schön um den Block. Machen wir uns das mal ein bisschen einfach. Ja, genau. So, und die andere, die fängt hier an. Geht hier hin. Die geht jetzt einfach nur außen lang. Und geht dann direkt hier rüber. Äh. Genau. Gehen wir auch direkt wieder außen rum. Ja, ich mach wirklich nur außen. Nein. Falsch. Falsch. Äh. Das war eine zu viel. Dahin. Dahin. Soll ich außen rum machen? Ja. Genau. Und dann einfach hier so rein. Das kann man ja dann so machen. Ja gut. Die müssen halt dann laufen. Ich kann nicht überall hin. Es geht halt nicht. Da sind die. Komme ich von der Seite ran? Ne. Von da oben lang. Das heißt, wir gehen hier lang. Können wir hier rein? Ja. Da geht's rein. So. Dann haben die hier auch einen Anschluss. Äh. Hier hin. Und da hin. Das reicht. Haltestellen 44. Hier sind Fahrgäste warten. Kaum Welte. Gut. Okay. Das ändert sich dann mit der Zeit. Kleine Schule. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die eine Schule brauchen. Das war die nächste. Das war das hier. Gut. Bildung generell ist da mau. Ich lasse es jetzt erstmal so. Ich muss mal gucken. Nur U-Bahn. Kommt hier unten eine hin. Hier kommt eine hin. Und. Hier sind noch eine hin. Na. Was muss man denn nochmal machen, dass die. Die geht da nicht hin. Okay. Gut. Dann ist klar. So. Jetzt können wir mal. Äh. Das bitte. Dass ich schon bewegen kann. Dann können wir die hier wieder anbinden. Äh. Da geht's dann hoch. Und die wird dann einfach hier hinten angedockt. So. Dann können wir jetzt erstmal hier eine kleine Linie machen. Beziehungsweise. Ne. Komm. Das ist Quatsch. Gleich eine größere. Hier lang. Hier lang. Ich mach hier auch nur eine hin. Die reicht eigentlich. Würde ich jetzt mal sagen. Da lang. Da lang. Und dann gleich da lang. Ich wollte sagen. Ja. Da stehen doch schon mal entsprechend Leute an. Das fängt dann an zu wachsen und zu gedeihen. Die sagen. Sie haben keine. Nicht genügend Arbeiter. Ja. Die Arbeiter kommen ja dann hier. Hier haben wir mal ein bisschen Stoff. Okay. Hier unten. Sieht ja schon ganz gut aus hier. Das hier finde ich immer noch die Hitte richtig dicht. So. Mal schauen. Genau. Das hier lasse ich erstmal frei. Hier soll ja dann eigentlich noch. Ja. Was hin. Hatte ich hier was? Ne. Da laufen die schön. Genau. So wie es sein soll. Da auch. 92. Hier hinten ist ja irgendwie alles gar nicht so kaputt. Also der Boden her. Oder kommt das alles noch? Wir reden hier von Industrie, ne? Habe ich irgendwas geändert gehabt? Nicht wissentlich. Fehlt was? Kann man irgendwas nachjustieren? Nö. Alles da. Ja, genau. Ah, okay. Da ist einer entstanden. Oh Gott. Bisschen groß, ha? Ähm. Natürlich. Das sieht schon lustig aus. Sieht schon sinnvoll aus. Wie? Kein Strom. Oh oh. Moment. Welches Stromproblem? Ach, die haben das ja versorgt. Hoffel. Ähm. Okay, gut. Dann. Ja. Klaro. Dass das da drüben noch nichts wird. Okay. Betrieb. So. Und schon haben sie Saft. Interessant, dass hier irgendwie nichts verschmutzt ist. Das hier wird dann noch dauern, bis da Leute einziehen. Hier kommt dann ein schmaler Streifen Büros hin. Können wir schon mal anfangen. Also Grundstein legen. Mal wirklich so gerade. Oh. Komm, dann machen wir hier gerade Büros hin. Hilft das eigentlich, die zu verbinden? Zum D. Teilweise nicht mehr genug Strom. Ich weiß. Ja, reicht. Gut. Dann kommen da ein paar Büros hin. Genau. Hier ist Grünfläche und so weiter. Das wird dann irgendwie anders genutzt. Das weiß ich noch nicht wie. Ähm. Ähm. Weiß ich nicht genau. Hier mal Abfahrt und Auffahrt. Abfahrt und Auffahrt. Das sieht extrem geil aus. Das lasse ich aber so. Das hier ist auch nicht gerade schlecht. Gut. Okay. Das kann man erstmal so lassen. Apropos. Wie sieht es eigentlich hier mit? Oh. Abwasser. Abwasser muss definitiv noch was passieren. Kann ja eine hin. Da unten kann ich nur eine hin. Kann ich hier noch was hin machen? Ja. Hier geht es auch noch. Scheiße. Fuck you. Ich hätte es wissen müssen. Okay. Jetzt müssen wir. Scheiße. Ach du Scheiße. Kriege ich denn das wieder hin? Das ist mal hier vor. Boah. Dann so da dran. Oh Gott. Okay. Die Bäume müssen weg. Die sind nämlich mittendrauf. Naja. Immerhin der Weg ist wieder da. Das ist wichtig. Gott. Blöd. Naja. Müsste ich auch mal gucken, ob ich da bessere Lösungen finde. Hui. Hier ist nicht Betrieb. Hier ist doch schwattlos. Okay. Alles. Alles. Und so. Was ist denn hier nochmal? Ah ja. Genau. Gewerbe. So. Die Wohnungen hier. Was fehlt euch? Okay. Dauert generell einfach nur, bis ihr aufsteigt. Nicht gelügend Arbeiter, ne? War klar. Hm. So, ich muss mal hier rüber siedeln. Die andere Seite bin ich so noch gar nicht. Nur hier. Ich könnte hier unten noch bauen, aber das sind so weite Wege. Hier wollte ich eigentlich Büros hinmachen. Und hier oben wollte ich so erstmal gar nichts machen. Ich glaube, ich warte vielleicht nochmal ein bisschen. Also langsam scheint es zu kommen. Wer sieht es hier mit Bildung aus? Ja, okay. Gut. So langsam kommt das mit der Bildung. Ich stehe in der Universität. Nö, habe ich nicht. Jetzt habe ich da eigentlich 1, 2, 3. Hier muss definitiv noch eine Universität hin. Äh, Feuerwehr. Ah, okay. Feuerwehr fehlt. Was? An die Polizei ist das ja. Ist da hinten. Da kommt aber hier dann eine hin. Und ich habe auch lieber hier noch eine hin. Da hin. So, Feuerwehr. Ja, da muss hier hinten noch definitiv eine hin. Ähm, die nächste ist da. Wie setze ich gerade wirklich da hin? Ja, die brauchen auch definitiv das Feuerhäuschen. Das war das große in dem Falle. Kann ich das hinpflastern? Was ist da hin? Da geht's hin. Hilft das? Ja, sieht gut aus. Näch. Oh, wo kommt was Großes hin? Ah, ein Block mehr. Verbesserung im Gange. Zack. Verbessert. Was haben die für eine Stufe? Die höchste. Gut, die Stufe. Das wird hier einfach dann noch dauern. Dann werden die ein paar Jahre ins Land gehen. Und dann ein paar Jahre ins Land gehen. So rum. Und dann kommen hier immer mehr hin. Aber das scheint auch nicht zu reichen. Jobs sind genüge da. Ja gut, dann werde ich hier doch noch... ...irgendwie... ...was machen müssen. Okay. Hm, was genau? Ja, machen wir doch eine Verbindung. Dann setze ich gleich mal die Zebrastreifen hin. Äh, nicht Ampeln. Moment. Da ist einer. Dann kommt hier einer hin. Hier einer hin. Da kommt einer hin. Das sind welche. Dann kommt ihr da hin. Ach, die habe ich ja schon gesetzt. Genau. Ja, dann kommen wir doch Wohnungen hin. Ah ja, gut, okay. Dann kann ich nichts ändern. Ich muss hier hinten bauen, weil hier hinten fehlt es einfach an Kauf... ...an Einwohnern. Die dann auch hier hinten die Sachen kaufen. Und dadurch belebt sich ja hier alles. Ne? Darf man nicht vergessen. Dadurch belebt sich der Arbeitsmarkt hier hinten. Hier hinten sind ja so viele Arbeitsplätze zur Verfügung. Die jetzt erst genutzt werden können. Und ja, die Leute können auch hier einkaufen. Viel Gewerbe habe ich ja hier nicht. Ne, das ist der Bereich. Das geht eigentlich. Das ist halt nur so weit auseinander. Das hier kommt noch definitiv dazu. Das kann ich auch gleich mal eigentlich machen, weil die wollen ja... Da fehlt schon wieder was. Ah, hier rüber. Da noch. So, der Teil. Genau, es reicht erstmal. Sollte reichen. Ah, was fehlt es hier mit Freizeitaktivität? Da ist erstmal gegeben. Werden wir gleich sehen, ob es ausreicht. Immer noch. Nicht genügend Arbeiter. Hä? Okay. Okay. Oh, es ist gerade... Hm. Naja gut, die kommen auch irgendwann. Wäre interessant eigentlich, wenn es hierfür so Statistiken gäbe. Wäre einfach mal interessant. Dass das rausgeht, reinge... Es gibt... Kann man so eine Art Übersicht doch irgendwo machen, gar? Ne, das waren Naturstoffe? War das hier? Ne, Bodenrichtwert. Geländehöhe? Ne. Waren das gewesen? War das hier das? Ach, das hier genau. Import. Was haben wir denn an Export? Ja, gar nichts. Klar, ich baue hier nichts ab oder so. Aber nur Tourismus dann noch. Hier viel. Ja, das sind halt die Geschäfte hauptsächlich. Hä? Also, Parkinglot. Ist das ein Hotel? Ne. Mega-Einkaufszentrum. Ach, die Dinger sind das. Was ist das da? Die Firma? Okay. Ne. Giga-Store. Wöchentliche Touristbesuche. 893. Importieren tun wir alles Mögliche. In der Industrie natürlich immer alles. Die anderen sind es nur Waren. Was importiert denn der da? Crest Resort. Gesamtnummer 2285. Export. Teils. Hier ist viel. Klar, das sind die ganzen Hotels. Hier hinten ist... Niedriggrün ist immer hoch. Bis da hinten ist klar. Da ist ein bisschen niedrig. Da auch. Ja, das ist der Lärm. Apropos mal gerade Lärm gucken. Uah, ist das laut. Durchschnittliche Lärmleistung. 41%. Das ist schon hart, ne? Wobei, hier habe ich es ja gelöst, dass hier keine LKWs fahren dürfen in der eigentlichen Altstadt. Ne, es ist Altstadt. Wir dürfen keine LKWs fahren, sondern hier dürfen sie. Das sieht schon hart aus. Wie laut. Uah, wie laut. Apropos mal Verkehr schicken. So wirklich brutalen Verkehr haben wir nicht mehr. Uah, ich kann mich noch erinnern, was hier los war. Derweil ist das hier hinten. Hier ist viel. Da ist noch. Gut, hier der Bereich. Das ist, ja, wegen Schienen. Hier Schienen, ja. Hier die Schienen, okay. Was haben wir da drücken? Oh, da ist viel Betrieb. Oh, da staut sich's. Was ist denn da los? Was ist denn hier los? Was staut sich denn da? Oh, Schienen? Ne. Was staut sich das denn? Hä, wieso staut sich das denn hier? Stimmt doch. Ach, scheiße. Ich hab ja Schienen hier. Kacke. Total vergessen. Oh, die ganzen Taxen. Die wollen aber alle darüber. Was ist hier? 13, 13, 1. Aber nicht schlicht. Nicht mal überprüfen. Es wird doch einiges. Oh, die ganzen Taxen. Heilige Mutter mir. Oh, wo fahren die alle hin? Wir fahren da drüben hin. Okay, da muss ich definitiv ein Augenmerk drauflegen. Hier auch viel. Da muss ich nämlich notfalls hier die Schienen irgendwie anders legen. Unter Tunneln, aber das geht schlecht. Die muss ich wirklich notfalls irgendwie anders legen. Weil hier ständig rüberfahren. Es staut sich. Oh, oh, oh. Schon wieder. Hm. Muss ich nachschauen. Oder ich muss eine weitere Brücke machen. Das hilft. Dass ich hier eine Brücke mache. Also sprich, dass ich hingehe und... Wo war das hier? Dass ich hier eine Brücke rüber mache. Weiß nicht, ob das hilft. Okay, gut. Das muss ich definitiv im Auge behalten. Notfalls muss ich echt die Schienen irgendwie... Kann ich da unten drunter rausgucken? Das werde ich aber auf Screen mal probieren. Das mache ich jetzt nicht mit euch hier. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen viel. Gut, okay. Da kommt es so langsam, aber sicher. Hm. So. Zu langsam, aber sicher wird es hier. Wir können auch mit den Arbeitsplätzen, wird es zu langsam. Da meckern sie nicht mehr so häufig. Ich überlege, ob ich das hier auch wegmache. Ist da Wohnung? Ach komm, da mache ich auch Wohnungen rein. Was soll der Quatsch? Das verschiebe ich aber. Und zwar genau dahin. Och, spinnt nicht rum. Dann wird hier der Rest auch mit Wohnungen vollgemacht. Hier kann ich dann die Büros hinmachen. Das heißt hier zum Beispiel. Hier, das kann alles Büro bleiben und sein und werden. Und hast du nicht gesehen? Ja, das sollte eigentlich in Ordnung sein. Die haben da... Ach, ist hier Ampel? Da ist Ampel. Was macht denn die Ampel schon wieder da? Nee, Ampel. Da und da. Wieso sind da Ampeln? Ach, wegen dem. Den habe ich vergessen, wegzumachen. Da sind aber auch Ampeln. Was soll denn das schon wieder? Hier auch? Wieso sind da jetzt überall Ampeln? Habe ich die alle vergessen? Das kann nicht so ein Problem werden mit den Schienen. Ich habe mal gucken wollte, wo ist denn hier eigentlich los? Keiner. Wo ist das andere da? Keiner. Das andere ist hier 30. Ui. Was machen eigentlich die Unis? Äh, wo sind die Unis nochmal? Ach, da ist die Uni ja. 318 von 500. Was ist denn da für eine Uni gebaut? Geht ja nichts rein. Ah, geht doch. Wird ich nicht 3? Ne, Unis waren hier. Ach, hier ist noch einer. Wird hier eine dritte Uni hinbauen müssen. Äh, eine vierte. Ich weiß nur nicht genau, wann. Mal schauen. Oh, da, 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 da. So langsam wird das hier hinten. Einwohnerzahl geht wieder runter. Warum auch immer. Verstehe ich manchmal eh nicht so ganz. Hier ist genug Betrieb. So, man fährt überall. Ach, Stadion wollte ich ja auch noch. Oh, weil ich so viel bauen will. Weiß gar nicht, wo ich das alles hinbauen soll. Da werde ich sowieso zusehen, dass ich das Stadion irgendwie, puh, keine Ahnung. Vielleicht kann man das ja hier hin machen. Ich habe die Autobahn direkt da. Stadion ist das hier. Stadion. Und dass ich dann hier, wo sind sie? Die Park des Parkhauses hier. Das hier und das hier, dass ich da mehrere baue. So, wahrscheinlich ist das hier drumherum irgendwie. Ich habe ja hier die Parkinglots, habe ich noch mehrere. Dass ich die dann hinbaue, dass die da parken können. Das ist vielleicht ein bisschen grün noch Gestalt. Weil ich gehe mal schon davon aus, da wird einiges los sein. Vor allem Verkehr ist verkehrsmäßig. Der Flughafen ist in der Nähe. Hier kann aber keiner auf- und abfahren, sehe ich gerade. Das geht nur da hinten. Das ist eigentlich blöd, was ich da bastle. Das ist eigentlich sehr blöd. Die Leute müssen hier auf- und abfahren können. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Okay, gut. Das sind aber Dinge, die machen wir in der nächsten Folge. Oder irgendeiner Folge danach. Ich gehe erst mal. Wend? Okay, dann sage ich Ihnen mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann teilt es doch. Lass mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und dann, wenn du es nicht hasst, ein Abonnement. Bla, bla, bla und so weiter. Ja, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.